Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Christian Steingesser. Ich bin Unfallchirurg und Orthopäde. Das ist der neunte Teil einer Videoserie zum Thema Gesundheitskompetenz, basierend auf 20 Fragen, die mir häufig von Patientinnen gestellt werden. Heute geht es im wörtlichen Sinn um Gesundheitskompetenz, nämlich was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet der Begriff, was ist die Definition von Gesundheitskompetenz? Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, sich Informationen, Gesundheitsinformationen zu beschaffen, diese zu verstehen, einzuordnen, ob die Informationen valide sind, ob das stimmt, was da steht, was mir da vermittelt wird. Und dann diese Informationen auch anzuwenden, um gute gesundheitliche Entscheidungen für sich oder auch für die Angehörigen zu treffen. Warum ist das Thema so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil sich gezeigt hat, und das sagt einem ja, denke ich, auch schon der gesunde Menschenverstand, dass Patientinnen, die besser informiert sind, die ein bestimmtes gesundheitliches Basiswissen haben, die sich auskennen, die Dinge in gesundheitlichen Zusammenhängen einordnen können, auch über eine bessere Gesundheit verfügen. Die können also Entscheidungen für sich selbst treffen, die dazu führen, dass sie sich in einem besseren Gesundheitszustand befinden. Früher war es ja so, da ist man zum Arzt gegangen oder zur Ärztin gegangen und hat gesagt, das und das fehlt mir, ich habe die und die Beschwerden. Und es wurden Untersuchungen gemacht und dann wurde eine Therapie nicht vorgeschlagen, sondern mehr oder weniger angeordnet. Und man ist dann dem gefolgt. Man hat getan, was die Ärztin gesagt hat, ohne das groß zu hinterfragen. Die Strukturen waren einfach so, also das ist so vielleicht auch dieses Schlagwort vom Halbgott in Weiß. Die Strukturen waren so, dass überhaupt nicht daran gezweifelt wurde, dass das, was da vermittelt wurde, richtig ist. Und das musste einfach nur ausgeführt werden. Es ist aber klar und heutzutage denke ich, ja, Sie wissen das alle, wenn Sie nur etwas ausführen, was Sie überhaupt nicht verstehen, wo Sie überhaupt keinen Hintergrund kennen, auch nicht wissen, was hat überhaupt zu dieser Entscheidung geführt. Also wenn Sie nicht einbezogen sind in diese Entscheidung, dann klappt das nicht so gut. Es ist viel besser, wenn Sie wissen, warum Sie ein Medikament nehmen, wenn Sie wissen, warum eine Operation durchgeführt werden soll, wenn Sie wissen, wie Sie sich verhalten sollen, wie Sie Vorsorge treffen müssen. Dann sind einfach die Ergebnisse deutlich besser. Und Gesundheitskompetenz ist in den letzten Jahren so ein bisschen hinter aller Munde gewesen. Zurzeit ist ja vieles durch Corona und jetzt den Ukraine-Krieg überlagert. Aber davor war das doch einigermaßen präsent in den Medien, weil es um die Gesundheitskompetenz in Deutschland, auch im Vergleich zum Ausland, ja, man muss schon sagen, sehr schlecht bestellt ist. Eine Studie 2016 der Universität Bielefeld hat über eine Befragung von Menschen, von Patientinnen, hat eben ergeben, dass Gesundheitskompetenz nicht ausgeprägt vorhanden ist in Deutschland. Und 2020 wurde die Studie wiederholt und es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse sogar noch schlechter waren. Also viele Menschen sind in Deutschland nicht in der Lage, gesundheitliche Informationen sich zu beschaffen. Also sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen, um sich diese Informationen zu holen. Sie sind oft auch nicht in der Lage, diese Informationen so, wie sie präsentiert werden, zu verstehen. Und dann natürlich auch nicht in der Lage, die im Alltag bei sich oder bei ihren Angehörigen anzuwenden, um gute gesundheitliche Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist ein Aktionsplan, ein nationaler Aktionsplan, Gesundheitskompetenz ins Leben gerufen worden vor einigen Jahren, um die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu verbessern. Meine Meinung oder meine Beobachtung ist, dass sich in der Beziehung nicht so viel getan hat. Und die Ergebnisse 2020 zeigen ja auch, dass eine Verschlechterung da ist und keine Verbesserung. Aber auch das, was ich so beobachte, es findet nicht viel statt. Eigentlich war eine konzertierte Aktion aller Beteiligten im Gesundheitswesen gewünscht worden. Aber ich habe davon nicht so viel mitbekommen oder ich habe davon nicht sehr viel gesehen. Das heißt, in der Beziehung ist einfach noch viel zu tun. Und die Felder, auf denen da was zu tun ist, sind sicherlich vielfältig. Denn Gesundheitsinformationen kann man sich ja auf vielen Wegen besorgen. Als erstes fällt da heutzutage natürlich das Internet ein. Aber da gibt es eine recht zersplitterte Landschaft von vielen Informationen, die oft auch gesteuert sind von wirtschaftlichen Interessen. Dere, die diese Informationen darstellen, also Pharmakonzerne zum Beispiel oder überhaupt Menschen, die irgendwas verkaufen wollen und dann eine Information vermitteln, die die Absicht hat, sie zu einem Kauf zu bringen. Das ist sicherlich nicht das, was wir uns vorstellen. Vorstellen könnte man sich aber, dass Krankenhäuser sich zusammenschließen oder einzelne Krankenhäuser, vielleicht besser noch Krankenhäuser in einer Region sich zusammenschließen. Vielleicht sogar noch mit den niedergelassenen Ärzten und Portale errichten, in denen sie regional und überregional ihre Patienten, Patientinnen informieren. Über häufige Erkrankungen, über zum Beispiel die Notwendigkeit, also muss ich jetzt mit den und den Beschwerden in die Notaufnahme kommen, ja, nein. Also da gibt es sicherlich viele Dinge, die sinnvoll wären. Und das könnte eine Aufgabe von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten sein, die sich zusammenschließen. Oder aber auch die Pflege in den Krankenhäusern, also nicht nur die Ärzte, sondern es müssen ja da alle an einem Strang ziehen. Oder Gesundheitsämter oder das Bundesgesundheitsministerium. Es gibt mittlerweile auch schon überregionale Plattformen, auf denen man sich Informationen besorgen kann. Und ich denke, darüber wird es noch ein weiteres Video geben, vielleicht sogar eins, zwei Videos, weil das ist jetzt sicherlich zu viel. Aber ich habe mir einige dieser Plattformen angeschaut und werde Ihnen dann einfach mal ein paar Empfehlungen geben, wo man da hingehen kann, um sich Informationen zu beschaffen. Ja, das mal zunächst zum Thema Gesundheitskompetenz an sich und weiteres, wie gesagt, dann in folgenden Videos. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.